Was ist das anstrengend? Versuchen Sie das Gewicht ein bisschen zu verteilen, um nicht so lange zu warten, bis Sie in der Überstreckung sind und jetzt, Schritt, genau, und Schritt, genau, und Schritt. Und ein bisschen zu verteilen, um nicht 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 zu verteilen, Sondern mit mehr Gefühl auftreten. Ja. Hier, wir stützen. Das ist gut. Das ist gut. Schön kontrolliert. Kann ich dich aussetzen und kontrolliert runter? Ja. Und zwei. Und eins. Und zwei. Auf dem Wacken. Ja. Auch wieder runter. Auch Pause. Auf jeden Fall, das ist sehr interessant. Obwohl Sie nur dabei sitzen, ne? Ja, für mich ist das alles interessant. Aber es ist schon was anderes, als wenn man zu einer normalen Physiotherapie geht, als wenn man hier in der Realklinik behandelt wird. Das haben wir am ersten Tag schon festgestellt für uns. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.